Moin, was geht ab ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to Division 1. Mit dabei ist natürlich wie immer Kanto und wir starten leider ganz frisch in Liga 3 erneut durch. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Es sind dieselben Huch und Söhne als Gegner wieder. Wunderbar. Yes, Mann. Neistes Dingen, Alter. Hast du den Lacher gehört? Mhm. Was war das denn, ey? Nach diesem sehr schweren Game, muss ich es leider sagen, werde mir gleich eine runterholen. Das habe ich gedacht, aber nicht gesagt. Ein Bier holen. Ja, okay. Runter. Bin ich. Oh, Mann. Passt doch. Guck dir das an, Alter. Er läuft da einfach nur rein, hat den Ball. Nice. Boah, ich raste gleich aus, Mann. Hoffentlich verletzt sich's dann in die nächste Saison. Wow. Fällt dann für immer aus. Wow. Würde ich ihm gönnen, der Bastard. Warum? Nur weil er jetzt bei Bayern spielt oder was? Nö, ich mag den nicht. Achso. Wie die Hälfte aller Bayern-Spieler. Ja, die kann man ja auch nicht mögen. Obwohl doch, Mann, 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 Bäh, Pfff. Müller. Manuel Neuer ist cool. Nö, nicht mal den. Ich finde, Müller ist am coolsten. Nö. Finde ich auch, ist der einzig cool, oder? Nö. Doch. Nö. Doch. Müller ist leider zu abgehoben geworden. Nö, finde ich nicht. Neuer ist abgehoben. Findest du? Ja. Da kommt was so rüber. Ja, wow. Das blieb ich im Abseits. Ja, jetzt nicht mehr. Hättest du noch mal zurückgepasst. Nein. Mann, Fleiß. Ja, hole nicht rum. Was hinter dir geschieht? Nö. Ja, ich merk's gar nicht. Das konntest du mich immer an. Oh, jetzt hole nicht rum, Alter. Doch, ich will immer rum, weißt du. Stimmt. Mann, Kanto. Was willst du? Weiß ich auch nicht. Das Ding heißt, ich musste schießen, weil das hätte ich mit der Brechspot vorgelegt. Ich hab nämlich die Taste gedrückt, so weit vorlegen. Warte, warte, warte. Nimm jetzt einfach ihn. Wow, Alter. Gefährlicher Kopfball. Aber ich find das besser, weil... Warum? Du hast gar nichts gedrückt. Loll. Hast du. Ach, schade. So, ich dachte, weil du zum Gegner gespielt hättest. Nein. Weil ich nichts gedrückt hab, hab ich auch gehört zu reden. Loll. Weil ich einfach was gemacht hab. Hasse. Hasse. Schade. Oh, hab ich nicht mehr, hab ich nicht mehr. Hä? Lach doch weiter. Nein. Warum nicht? Da war zu viel im Weg. Zwei Stück. An einem bin ich schon hängen geblieben, Mann. Alter, das war knapp. Schieß. Nein, ich hab auf Passen gedrückt gehabt schon. Schön bin ich. Okay. Ach man, er bleibt da einfach stehen, oder was? Besser. Hä? Ey, das ist doch lächerlich. Ich versteh's überhaupt nicht. Ich versteh's echt nicht. Dieses Spiel ist so schlecht, Alter. Keines... Wenn man kein Spiel programmieren kann, dann sollte man es einfach lassen, Mann. Keiner der Spieler, äh... Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht. Lauf. Wow. Er läuft rein, halt und hab den Ball. Ich finde, das Spiel zum Kotzen. Wohin? Alter. Sag, du steht nicht rechts außen. Ist auch nicht mehr witzig, Alter. Dann fang da echt hinterfunk. Äh, nee. Nice, Alter. Mit dem Döner. Boah, ja, Mann, Alter. Ein Döner wär jetzt echt nice. Schön, Alter. Ich bleib mal ein bisschen hinten. Okay, dann geh ich nach vorne. Ey, guck dir das an! Aus. 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 aber ich hab's mal abseits ne warte ja der hat mich aber schon da an der seite bedrängt alter ein held im annehmen alter da zeigt man das komplette scheiße da zeigt man den kompletten scheiß das macht halt überhaupt keinen sind 3 1 der cool dafür müssen wir mal von spielen ja genau da jetzt lang zu spät ja sogar so wieder ich noch damit beschäftigt worden vom gegner wegzulaufen aber ist okay was willst du weg laufen wenn du passt viel schneller aber nicht wenn der den passweg zu stellt wenn du hoch spielst dann ja gelb nein was hurensohn noch mal zurück unter hoch nice alter so geht es die kleinen wichser gespielt ja man das war richtig geil naja schön den fust mitgenommen schön schönes dinge ich habe gedacht der wird drüber doch ja ja dachte ich auch und dann ist er drinnen ist aber richtig los ja mann ja ja Das kommt jetzt. Schwänzrutschen. Zwei Tourer-Talern schon gemacht, jetzt. Der Läfin ist hochglas, du hast das gesehen, Alter. Ratt auf mich, ich komme. Junge. Ich bin bereit. Wohin genau? Spongebob, Spammkopf. Jawohl, Fast and the Furious. Oh, zurück. Alles gut. Unten. Nice, Alter. Wie wir sie deklassieren, Junge. So spielt man Fußball, ihr kleinen Bastarde. Schönes Ding, Alter. Warum können wir nicht jedes Spiel so spielen? Keine Ahnung. Das Spiel ist erstmal 621 vorbei. Wohin. Wohin. Der nächste bitte. Oh 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 oh. Ich glaube die gehen. Komm. Nein, warum passt der nicht? Warum passt der nicht? Oh Mann. Mh. Ja, egal. Easy ways to win. Ja, aber das wäre schon geil gewesen, die 6 1 zu deklassieren, Alter. Gut, Leute. Alles gut. Wir sehen uns gleich zu einer zweiten Partie wieder. Bis gleich. Wenn ich so ein Hochzeitskorso auf der Autobahn hätte, ne? Mhm. Und ich so richtig rich wäre. Digga. Ich würde in jede Karre fahren, die die Straße blockiert. Mhm. Mit 180. Das machst du aber nur einmal. Egal. Hast du doch einen Panzer? Ja. Den werde ich mir dann holen. Da brauchst du aber auch keine 180 fahren. Nicht wirklich. Aber wem willst du heiraten? Deine rechte Hand, oder was? Hä? Das war dumm, weil es nicht passt hat. Hä? Das war dumm, weil es nicht gibt's hat. Warum? Es ist die einzige, die an deinem Schwanz immer geht. Wow. Bei dir ja auch so anders, ne? Ja, manchmal mach ich's auch mit der Linken. Jetzt kommst du mit der Linken. Nö. Der hat zwar zugehört, ey. Ja, was hast du gesagt? Manchmal macht das auch die linke Hand. Ach so. Aber ja, manchmal auch deine Mom. Wow. Ja, aber echt auch. Das ist doch scheiße, Mann. Du hast dich voll lange gegeben. Was geht, Leute? Willkommen zurück auf dem Grünen. Ah, schade, Mann. Egal. Hab ich. Was? Abseits. Yes, Sir. 1985. Ist ja geboren. Kann sein. Habe ich jetzt auch geachtet. Unten. Hoch. Oh, Mann. Sorry. Ja, ich weiß. Das stimmt. Das sind die Dinge, die Kleinigkeiten, die du kaputt machst. Ach so. impost. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab grad gedacht, das wär der Schiri. Zauber Schnell gemacht, der Birki Hör auf, das zu sagen Birki 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 Vorder Nein, nein Ja, tut mich sorry Ja Ja Muss ich echt grätschen? Nein Darf ich aber Und hat's was gebracht, ne Ecke Aber das weiß ich nicht warum Alter Das ist ja richtig fast so Furious bei dir vor der Tür Ich hab die 30er-Zone hier, aber Achso, easy 30 Pro Reif, hast du gesehen den Kopf, ey? Alter, wohin? Mal kurz Wohin genau? Wohin genau? Loll, mach's, mach's so, Alter Genau, bleib einfach stehen, Alter Ich drück die ganze Zeit laufen, er bleibt einfach stehen Kann man nochmal machen Zurück Zurück Birki Hab ich Hab ich Hab ich Oh Mann Ja, so leid Aber Oh, lol Nein Oh, lol Der hat sich doch getreten Ohne treten und ohne spucken Oh, lol Ey Nein Ja Nein Nein Hä? Oh nein Sagadu Lol Hast du Achso 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 Ist interessant Das ist jetzt interessant, ey Oh mein Gott Das finde ich jetzt aber interessant Er tritt mich, Junge Und nichts Ist okay Mann Das ärgert mich jetzt Das Tor Das war unnötig Ja, aber Was soll denn das, Alter Er tritt mich Und deswegen kann ich nicht schießen Und dann kommt das Nein Warum hast du nicht auf Haaland gepasst? Weiß ich nicht Warum hast du nicht auf Haaland gepasst? Äh, ich hatte doch Haaland Nein Spaß Ja, und? Ruhig, Brauna Ja, ich bin gerade richtig aggressiv, ne? Bist du schon den ganzen Tag Quatsch Guck du dieses Mee, Mann, Alter! Unfassbar Hoffentlich wird der Weihnacht nicht mehr erleben, Mann Der Chili oder was? Nö, die Gegner So Habe du gerade gesagt, dass der Ja, eigentlich war das nur dieser mit dem 1985 im Namen Der hat lang genug gelebt, der Dichser Wow Blödsinn, Mann Nein! Ah Nein! Ah und da bin mal so es ist einfach echt nie mehr das macht auch kein spaß mehr die sind nicht mal gut alter das ist ja das schlimme alter wenn du gegen leute verlierst die gut sind dann ist es ja noch okay aber wenn du halt gegen solche opfer verlierst die nichts können das ist belastend ja klar solche pässe kommen natürlich auch bei denen an bei denen kommt alles an man unsere pässe sind so telekom und bei denen sind halt andere kein spaß mehr du läufst doch unten er läuft die einfach rein und er hat den ball er wird das machen direkt faul rote karte f meter für bayern ja schade das vorsicht war natürlich nicht ist die beste wiederholung der welt auch können die mal drücken die klären lutscher meine güte alter die 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 Unten? Nein! Ey! Komm! Das kann man aber auch pfeifen können, ne? Von hinten reingegrätscht. Huren, so ein Schiedsrichter. Läu! 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 Ja, ne. Witz, die braucht zu lang zum Aufstehen. Ach, ist aber noch nicht mal aufs Tor, ey! Ich hab mich nur gewundert jetzt zu lappen Außen Geht auch nicht Junge, was dreht der sich denn die 10 Jahre da rum Ist doch kein LKW Warte, warte, warte Ah ja, ist klar Ey, Junge, dass der Typ nichts pfeift, ne Diese hässliche Nutte, Alter Ach gut, das sagt die wieder, oder was Ey, Karin, erklär es mir Das spielt auch kein Spaß mehr Alter Ohne Scheiß, ey Der zieht mir von hinten die Eier weg, nichts Ich pupse den bisschen an, faul, Elfmeter, Freistoß Rote Karte Anzeige Gebannt Nice, Junge Siehst du, was ich meine mit der Flanke? Ja Ja, besser ist es Besser ist es Lappen Okay 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 Hast du kurz angetippt oder etwas länger? Ganz kurz Okay Hatten wir schon mal das Thema Ja Ich sag doch nur Weil ich warte nur Ne, hast du nichts zu fragen Doch Du musst das studieren Ne, ne, ich nicht Stop, lang, 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 lang Hä? Ah, tut mir jetzt Ach da Das Anschlug Hab ich mich nie gesehen Ja, schäm dich Meme Digga Um Ja, oder so Unten Ah, zu spät Loll Ah, fuck it Steh doch auf Wow Alter Oh, Mann Oh, Doppelmann Ey Dreifach, Mann Was ist das denn? Oh, da komm ich nie dran Hab ihn weggeblockt Jeder Ball ist einfach beim Gegner Alter Ich kotze gleich ins Essen, Mann Ich hab hier zwar keins, aber egal Ne Oh Ja Schade Ich hätte nicht weiterlaufen können Sonst wäre ich im Abseits gewesen Wow Echt, da draußen Ups Ja Junge Mann Schön Okay Was? Jo, kommt Vorne Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Vorne, Alter Jetzt Vorne Ups Jeder von diesen Bastarden gewinnt einfach den Ball Was ist das denn? Das war scheiße, Mann Das hat er sowas von gelesen Ja, hab ich auch gelesen Was, eine Bein mit dem Arm Kämpf, Sancho Unten Nein Auf Haaland Ja Dann wäre er auch drin gewesen Ja Konzentrier dich jetzt, Alter Ist doch noch nicht vorbei Doch, das war's Nein Aua Das war's Ich bin jetzt gerade ausgerastet wegen dir Ja, genau, wegen mir, Alter Ja Gut, Leute Wir sehen uns bei der nächsten Folge Outline